Gut, die Memo tut schon langsam weh. Ich freue mich extrem auf den Urlaub. Das ist mein Outfit für heute. Wir haben heute 27 Grad und ich zeige euch, wie schön Katakollon ist. Ich bin richtig gespannt. Je länger ich mir mein Outfit anschaue, desto mehr sieht es Not Pyjama aus. Aber egal. Für den Rückenausschnitt so pretty. Alter, habe ich ein breites Kreuz, sehe ich gerade. Ein kleines Voice-Over jetzt, boah, ist das professionell. Wir waren heute bei Olympia, das ist der Austragungsort von den ersten Olympischen Spielen. Und richtig cute, wie mein Monstruationsunterwäsche rausguckt aus diesem Kleid. Hier haben nicht nur die Olympischen Spielen in der Artikel stattgefunden, und zwar haben die Sportler hier auch trainiert, gegessen, geschlafen oder sauniert. Ihr seht, dass so gut wie nichts mehr steht und einer der Gründe waren die Naturkatastrophen. Auf diesem freien Platz haben tatsächlich die Olympischen Spielen stattgefunden. Und plötzlich habe ich so ein süßes Tier gesehen. Das sieht aus wie Bohnen. Ich habe richtig Hunger, ich liebe Bohnen. Mal richtig so gerade. So? Warte, jetzt muss die Hand ein bisschen höher. So. Jetzt, ja. Wie sah das früher mal aus? Und von innen so. Alles weg. Ich kann doch nicht mal diese Falten zeichnen. Guten Morgen. Das ist der vierte Tag in Athen. Nach vier Tagen ist es das erste Mal, dass ich wieder groß mache. Es sieht so aus, als wäre ich irgendwie im vierten Monat schwanger. Ehrlich. Mein Körper kommt da nicht mit. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall ist dann irgendwie meine Verdauung nicht vorhanden. Ich habe Angst davor, dass mir alles unten rum reißt. Ich schaff das. Das ist nicht mehr normal. Ich gehe jetzt aufs Klo. Wenn man so eine riesen Aussicht hat, sieht jedes Land irgendwie anders aus. Italien sieht ganz anders aus. Schweiz sieht ganz anders aus. Ja, das ist das Panthenonik. Wunderschön. Und hinter dir, schau mal hier. Schau dir das an. Hallo meine süßen fleischigen Brustwarzen. Ich bin heute das allererste Mal in meinem Leben auf einer Insel. Und zwar auf der Insel Corfu. Ich vermisse Reis. Ich vermisse meine Nudelsuppen. Ich vermisse meine Pflanzen. Ich vermisse meine Häkelwolle. Ich vermisse meine Wohnung an sich. So wo ich mein Space habe. Heute werden es ungefähr 25, 26 Grad. Ja, wir sind gerade hier am Schauen, wo jetzt Fahrräder sind, die man mieten kann. Ich habe jetzt ein E-Bike und er hat sich so ein Sportfahrrad gemietet. Ich bin ein bisschen faul, wenn es um Bewegung geht. Der Struggle wird sein, dass es hier keinen Fahrradweg gibt. Das heißt, wir fahren auf der Straße. Also, let's go. Das fängt jetzt einfach an zu regnen. Hier ist einfach keiner. Geil. Hinter mir landen einfach so Flugzeuge und starten auch Flugzeuge. Da landen die Flugzeuge einfach. Gerade vorhin habe ich einfach ein Sandkorn ins Auge bekommen. Und dann habe ich angefangen zu tränen und dann habe ich meine Wimper verloren. Aufgrund, dass der Kleber sich dann aufgelöst hat wegen meiner Träne. Und jetzt habe ich nur noch eine Wimper drauf. Voller Smash. Cool. Gut, die Merma tut schon langsam weh, weil der Sattel einfach übelst hart ist und auch übelst schmal. Der Ausblick ist hier wunderschön. Die zweite Sache ist, der Sattel hat mich in ihrem Sinn. Das Ding ist hart. Dinn. Oh, ich mag mal was drauf. Die Händen sind geraten. Fakt. 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 Kann ich dir ein Geheimnis sagen? Ja. Ich muss kackern. Heute ist der siebte Tag und ich habe in sieben Tagen bis jetzt noch einmal gekackert. Ich habe die Freude übernommen. So okay. Ja. 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 I already have a bunch of best night done How'd you lose a baddie like me?